Erinnerst du dich noch an diese beiden Tags, die ich gemeinsam mit Marlies at Marley Design gestaltet habe? Wir hatten uns für eine Woche hier bei mir getroffen, um eine kleine Miniserie über Techniken mit den Distress Paints von Ranger zu gestalten. Und dabei sind unter anderem diese beiden Tags entstanden. Falls du diese Serie verpasst hast, findest du eine Playlist verlinkt unter diesem Video, sodass du dir alle Videos nochmal anschauen kannst, wenn du möchtest. Und ja, was soll ich sagen? Ich sitze hier mit einem weinenden und einem lachenden Auge, denn Marlies ist inzwischen wieder abgereist und wieder zu Hause angekommen. Und weil wir uns so gut verstanden haben und weil wir so viel Spaß zusammen hatten, haben wir beschlossen, dass wir diese Serie noch nicht enden lassen wollen. Das heißt also, heute gibt es ein weiteres Video, eins hier auf meinem Kanal, eins auf ihrem Kanal, in dem wir euch etwas Besonderes zeigen wollen. Schaut mal hier. Das ist passiert. Wir haben unsere beiden Tags zerschnitten, als wir uns weinenden Auges getrennt haben voneinander. Nun habe ich hier eine Hälfte von dem Tag, den ich gestaltet habe und hier die andere Hälfte von dem Tag, den Marlies gestaltet hat. Und meine Aufgabe ist es heute, diese beiden, wie du dir vielleicht denken kannst, wieder zusammenzufügen. Hallöchen, Luise Heinzel hier. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, Marlies und ich stehen heute vor der Aufgabe, diese beiden halben Tags wieder zusammenzufügen. Ich möchte als Fokuspunkt für mein Projekt dieses Foto von dieser Frau hier verwenden. Dieses Foto stammt aus einem ganz neuen Ephemera-Pack, welches ich für meinen Etsy-Shop gemacht habe. Dieses Ephemera-Pack heißt Vintage Photo Strips. Das kannst du hier sehen. Ich zeige dir das kurz, damit du weißt, was du alles bekommst mit diesem Pack. Dieses Pack besteht aus ganz vielen alten Fotos, wie du hier sehen kannst. Und diese kannst du auf ganz unterschiedliche Art und Weisen auseinanderschneiden. Entweder so als Streifen, längs oder quer, mit entweder vier oder fünf oder drei oder zwei oder wie viel auch immer Fotos aneinander, sodass du die in unterschiedlichen Ausrichtungen natürlich in deinem Journal verwenden kannst. Du kannst dann daraus Taschen, Bellybänder oder andere Dekorationselemente machen. Wenn du dir das ausdruckst, schaut das Ganze so aus. Das heißt, du könntest auch diese vollständigen Seiten hier nehmen und einfach in der Mitte falten, um eine ganz normale Junk-Journal-Seite daraus zu machen. Du musst sie nicht unbedingt auseinanderschneiden. Das ist das, was ich zu sagen versuche. Der Link zu diesem Artikel befindet sich unten in der Infobox, falls du dir das genauer zu Gemüte führen willst. Und ich habe dieses Foto von der Frau ausgewählt, ganz einfach deshalb, weil es die Zeit mit Marlies auf diesem kleinen Quadrat widerspiegelt. Anders kann ich das nicht sagen. Ich möchte gerne diesen Rahmen hier verwenden von Tim Holz. Der soll später hier so drumherum kommen. Und ja, vielleicht, wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, dann erahnt ihr schon, an was ich mich orientiert habe, was meine Inspiration für diesen Rahmen war. Nämlich das hier. Dieses kleine Booklet hier hat Marlies mir als Geschenk mitgebracht. Eine Riesenehre. Das war ein Make von ihr für Ideology. Und sie hat mir das geschenkt und ich habe mir gedacht, ich muss mich unbedingt irgendwie orientieren an dem, was sie da getan hat. Und versuchen, diese coole Optik von dem Foto irgendwie zu, nicht zu reproduzieren, aber zu versuchen, diese Technik selber anzuwenden mit den Materialien und Medien, die ich habe. Ich habe hier Distress Ink Lost Shadow verwendet, nachdem ich das Foto ein bisschen so geknüddelt und abgerissen da oben habe, so wie sie das auch gemacht hat. Ich glaube, sie hat Vintage Photo Ink verwendet, aber ich habe mir gedacht, ich möchte Lost Shadow nehmen, weil das Foto selbst schon so ein bisschen gräulicher ist. Habe ich gedacht, Vintage Photo passt nicht ganz so gut dazu. Jetzt nehme ich mir hier Distress Collage Medium und pinsel da eine ganz dünne Schicht auf dieses Foto drauf, damit das nächste Medium, was ich verwenden möchte, darauf besser hält. Das hier ist auf mattem Fotopapier ausgedruckt und da ist es immer ganz gut, wenn man da so eine kleine Versiegelungsschicht drüber macht, sodass dann weitere Medien besser darauf halten. Und ganz ehrlich, das schaut auch besser aus hinterher. Hier habe ich mir jetzt eine, wie heißt dieses Ding, Pinzette genommen und ich kratze hier, während das Collage Medium noch nicht ganz angetrocknet ist, über die Oberfläche. Das bewirkt, dass da so kleine Papierfutzeln runtergehen. Das ist natürlich der Vorteil an einem ausgedruckten Foto. Mit einem richtigen original alten Foto wäre das vermutlich etwas schwieriger. Hier ist die Oberfläche jetzt leicht feucht durch das Collage Medium und dadurch lässt sich das sehr, sehr kontrolliert darunter kratzen. Und warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich ein paar so Beschädigungen imitieren möchte, die unter Umständen mit der Zeit auf dieses Foto gekommen sein könnten. Denn ich möchte natürlich, dass dieses Foto so echt wie möglich aussieht, so echt alt wie möglich. Jetzt nehme ich mir das Ganze hier und klebe das, nachdem ich das Foto an den Rahmen geklebt hatte logischerweise, hier auf so ein Stück Abfallpapier. Das ist einfach so eine kleine braune Pappe, weil ich möchte später da noch so einen abgeranzten Rand drumherum machen um diesen kompletten Rahmen. Und das dient jetzt auch dazu, dass das eigentliche Foto etwas stabiler wird. Also ihr könnt auch natürlich, wenn ihr das machen wollt, einfach die Pappe so groß schneiden, wie der Rahmen ist, sodass ihr keinen Rand habt. Aber ihr werdet später hoffentlich sehen, dass das ein ganz cooler Effekt ist, wenn man da so einen kleinen Rand lässt. Jetzt nehme ich mir Crackle Paste. Entschuldigung, das ist Crackle Paint und nicht Crackle Paste. Crackle Paint ist wesentlich dünnflüssiger als Crackle Paste, aber Crackle Paste würde natürlich auch funktionieren. Wichtig ist, dass das Medium, was ihr wählt, durchsichtig ist, wenn ihr das nachmachen wollt. Und die gebe ich jetzt mit einem Pinsel hier drauf. Und ich muss dazu sagen, und das glaube ich, sieht man hier auch, dass ich das irgendwie total wie so ein Dinosaurier hier gerade mache. Als würde ich das gerade zum ersten Mal tun. Und glaubt es oder nicht, das ist das erste Mal, dass ich diese Crackle Paint verwende. Ich habe bisher immer Cracing Medium genommen. Das Cracklet hier auch. Aber jetzt habe ich mal gedacht, jetzt probiere ich das mal aus. Weil ich gelegentlich mit dem Cracing Medium und der Temperatur, die ich hierzulande habe, nicht so gut zurechtkomme. Und deswegen, ja, habe ich das jetzt mal ausprobiert. Das habe ich zur Seite gelegt. Das kann jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Und jetzt nehme ich mir hier so ein Holzkästchen. Das ist auch von Tim Holz. Und ich streiche da erstmal weiße Acrylfarbe rein, damit das von innen möglichst abgeranzt, aber hell aussieht. Also wie ihr seht, ich habe mir da nicht besonders Mühe gegeben, das da rein zu machen. Das habe ich extra so gemacht, damit es so einen richtig, ja fast schon so einen Shabby-Look kriegt. Jetzt habe ich mir diese Collage-Streifen hier genommen. Die sind auch von Tim Holz. Und die habe ich mir schon mal in so kleinere Stücke geschnitten, damit ich die jetzt gleich auf den Hintergrund kollagieren kann. Ich nehme mir hier eine Schere und reiße mir da die Kanten so ein bisschen auf. Ich möchte gerne, dass das so richtig distressed aussieht, so richtig abgeranzt. Weil mein Hintergrund, den ich da machen will, der soll so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen dreidimensional aussehen, aber wie so eine abgerissene Tapete, so ähnlich, ja, so. Weil ich habe mir nämlich gedacht, ich möchte gerne diesen Tag irgendwo reinmachen, damit ich mir den später an die Wand hängen kann. Also vielleicht wundert ihr euch gerade, warum ich hier so viel Material liegen habe. Da seht ihr schon, worauf ich hinaus will. Ich wollte nicht diesen Tag einfach irgendwie so machen und dann irgendwie in so einen Journal tun, sondern ich möchte mir eine richtig coole Erinnerung an diese Zeit mit Marlies aus diesem Tag machen. Oder aus diesen zwei halben Tags, müsste man ja korrekterweise sagen. Und deswegen habe ich beschlossen, das in dieses Holzkästchen reinzumachen, damit ich mir das später an die Wand hängen kann. Ich bin, glaube ich, heute ein bisschen konfus und bringe Informationen nicht in der richtigen Reihenfolge. Ich glaube, ihr könnt mir trotzdem folgen. Ich fange jetzt hier an, in der Mitte das draufzukleben. Wie ihr seht, habe ich mir da so ein Lineal draufgelegt. Das kommt ja auch nicht so oft bei mir vor. Also macht euch ein rotes Kreuzchen in den Kalender, damit ich in der Mitte anfangen kann, das zu kleben. Denn vier von diesen Collage-Streifen, na Entschuldigung, das stimmt auch wieder schon nicht. Fünf von diesen Collage-Streifen passen nebeneinander in diese Box rein, aber nicht sechs. Aber wenn man fünf hat, dann ist da so Platz am Rand, wisst ihr? Und deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt eine Reihe zerschneide, klebe ich alles mehr in die Mitte, sodass außenrum noch so ein Rand entsteht. Und das schaut vielleicht sogar viel cooler aus, als wenn das wirklich so richtig bis zum Rand geht. Da hat man auch noch mehr Möglichkeiten, um das ein bisschen mehr abzugrungen und ein bisschen interessanter zu machen. Da das hier ein Hintergrund werden soll, nehme ich mir jetzt ein paar Sprays. Distress Oxide-Spray Lost Shadow und Pumice Stone, auch als Oxide-Spray. Und ich habe da auch noch das Lost-Shadow-Spray-Stain stehen. Ich fange jetzt aber an mit den Oxide-Sprays, weil ich möchte das, was auf den Collage-Strips ist, so richtig in den Hintergrund bringen. Also ich möchte, dass das abgedämpft wird. Man wird davon hinterher nicht mehr, wer weiß, wie viel sehen. Aber genau das war mein Ziel, dass man sieht, da ist was. Das hat so eine Streifenoptik. Das passt alles zusammen, weil dieses Ephemera-Pack von Tim Holtz, das passt natürlich alles zusammen, logischerweise. Wenn man sich da nicht gerade irgendwelche ganz wilden Farben aussucht, dann passt das alles zusammen. Und selbst wenn man sich wilde Farben aussucht, passt es trotzdem zusammen. Aber ich wollte natürlich hier, dass es zu den Farben des Tags passt. Also ja, ich hoffe, das macht jetzt irgendwie Sinn. Und ich möchte das aber abdämpfen. Und dafür nutze ich diesen Oxide-Effekt von dem Spray aus. Übrigens habe ich da, ich glaube, das habe ich ganz vergessen gerade zu sagen, auch noch drumherum genäht, um diese einzelnen Streifen, sodass noch ein bisschen mehr Textur in den Hintergrund kommt. Ein bisschen Wasser sprühe ich da drauf, damit ich das Ganze ein bisschen leichter verteilen kann und nicht diese Flecken von dem Sprühen kommen. Und jetzt nehme ich mir hier diese Tülle von dem Spraystain von Lost Shadow, weil ich wollte hier ein paar so dunklere Stellen noch in diesen Hintergrund bringen. Ich stelle hier fest, dass Lost Shadow dafür nicht die richtige Farbe ist. Das ist mir hier irgendwie viel zu Ton in Ton. Jetzt habe ich aber trotzdem an einigen Stellen das da aufgetragen, weil ich schon angefangen hatte damit. Also das ist auch vielleicht so ein Tipp, wenn ihr sowas macht. Wenn ihr da so eine Farbe habt, wo ihr merkt, das ist gerade nicht so die richtige Intensität oder so, tut einfach ein bisschen noch drauf, damit nicht die eine Stelle, an der ihr das schon habt, später, wer weiß, wie auffällt und raussticht. Ja, so könnt ihr das ein bisschen in Anführungsstrichen vertuschen. Bevor ich hier mit der eigentlichen Farbe, die ich da dann auswähle, weitermache, reiße ich mir hier die Kanten noch so ein bisschen hoch in diesem feuchten Zustand. Also wohlgemerkt, ich habe das ja zwischendurch nicht getrocknet. Ja, das ist alles jetzt einfach nass in nass übereinander. Habe ich jetzt die Kanten so ein bisschen aufgerissen, damit das so ein bisschen besser da drinnen verlaufen kann. Und jetzt nehme ich mir hier eine Mischung und zwar einmal Distress Oxide Refiller Lost Shadow und Distress Oxide, Entschuldigung, Distress Ink Refiller Lost Shadow. Also beide Refiller, einmal Oxide, einmal normales Ink. Luise, so wäre das viel einfacher. Und das tue ich jetzt hier so drauf träufeln und zwar genau da, wo diese Stückchen aneinander stoßen und insbesondere da, wo so ein Kreuz von diesen Stückchen entsteht. Versteht ihr, wie ich meine? Und dann spritze ich da Wasser rein, sodass das entlang dieser, ja so wie Fugen ist das ja eigentlich, oder? Sodass das entlang dieser Fugen so laufen kann. Der Oxide Ink Refiller von Lost Shadow bringt jetzt einen helleren Ton da rein und der Ink Refiller bringt einen etwas dunkleren Ton da rein. Und diese Mischung finde ich persönlich sehr, sehr cool. Da spritze ich jetzt hier noch an den ganzen Stellen Wasser drauf, wo ich das habe. Das ist natürlich insbesondere bei dem Oxide Ink Refiller sehr, sehr wichtig. Wenn ihr da kein Wasser sprüht, dann bleibt euch das ganz klebrig und das trocknet nicht gut. Also es trocknet zwar, aber wenn ihr später da zum Beispiel mit dem Finger oder so drüber geht, dann würde sich das wieder abrubbeln. Also seht zu, dass ihr da genug Wasser drauf macht, dass das wirklich reagieren und dann vernünftig trocknen kann. Hier träufle ich jetzt den Ink Refiller von Lost Shadow direkt mit dieser Pipette, meine Güte, was für ein Wort, da drauf. Und ich habe mir jetzt einen Pinsel zur Hilfe genommen, damit ich das einfach ein bisschen besser kontrollieren kann, weil die Ink hier sehr zähflüssig geflossen ist. Und so mit dem Pinsel kann man das ein bisschen besser kontrollieren, wo man das hinhaben will. Ich mache das jetzt auch noch auf diesen kleinen Rand, der da zwischen dem Papier und dem Ende von diesem Holzkästchen ist, damit das so ein bisschen schon mal schattiert und abgeranzter und einfach auch interessanter aussieht, um diese Collage, die im Hintergrund ist. Das hier ist ein sehr experimenteller Prozess. Ihr seht, ich nehme hier noch eine weitere Farbe hinzu, damit ich das noch so ein bisschen aufwärmen kann. Das hier ist Ground Espresso, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe, dass ich euch jetzt hier nicht gerade irgendeinen Quatsch erzähle. Entschuldigt bitte. Ich kann das immer, das ist immer so eine Katastrophe, ne? Wenn ich hier dieses Voice-Over spreche, damit ihr wisst, was ich gemacht habe, glaubt ihr, ich kann dann sehen, was auf dieser Flasche steht. Das ist eine einzige Katastrophe. Aber mein Auge sagt mir, das ist Ground Espresso. Also vom Farbton her. Ist aber auch wurscht. Wenn ihr grau genommen habt und ihr wollt das dann ein bisschen aufwärmen, dann bietet sich natürlich braun an. Ja, so. Und ich habe mir für diesen Hintergrund sehr viel Zeit genommen. Ich habe hier sehr viel aus dem Video auch rausgeschnitten, muss ich sagen, damit das nicht für euch zu lange dauert. Aber ich möchte, dass ihr das wisst und dass ihr, wie soll ich sagen, dieses Experimentieren für euch auch richtig einschätzen könnt. Ich habe solche Sachen schon öfter gemacht. Aber ich muss sagen, jedes Mal ist das wieder aufs Neue erstens Überraschung, zweitens Lerneffekt. Gerade dieser Umgang mit Oxide-Inks und diesen Medien, die ich hier verwende, erfordert Übung. Ja, also wenn ihr sowas zum ersten Mal macht und ihr denkt euch, was habe ich denn jetzt hier, warum schaut das hier so komisch aus? Bitte, gebt nicht auf. Probiert einfach ein bisschen rum und schaut, was machen die Medien? Was gefällt mir gut? Was möchte ich dann nochmal machen? Was möchte ich vielleicht nicht nochmal machen? Aber bitte steckt nicht gleich den Kopf in den Sand. Ja, das ist ein Prozess, den man wirklich üben muss. Und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man dann zufrieden ist mit dem, was man da vor sich liegen hat. Ich klebe mir jetzt die beiden Teile von den beiden Tags auf eine ganz harte Pappe. Das ist 4 mm Graupappe. Ich gehe hier mit so einem Roller drüber, damit ich das richtig gut anpressen kann. Jetzt wundert ihr euch vielleicht und denkt euch, ja warum denn bitte 4 mm Graupappe? Da kannst du ja irgendwie einen mit erschlagen, so ne? Das habe ich natürlich nicht vor. Sondern ich möchte hier, es werden keine Menschen und Tiere für diese Videos hier in Mitleidenschaft gezogen. Ich möchte schlichtweg diesen Tag später hier reintun. Und zwar mit ein paar so Abstandshaltern, damit der wie in so einer Galerie, wisst ihr? So vorsteht, habe ich mir gedacht. Und damit das dann vernünftig hält und das nicht in etwas sich durchbiegt oder so, muss das natürlich sehr stabil sein. Hier seht ihr das Ergebnis der gecrackelten Paint. Richtig, richtig cool. Also ganz ehrlich, die Crackle Paint, die gefällt mir fast noch besser als das Crazing Medium. Auf so Fotos, sicherlich gibt es da, also ne, versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, die Crackle Paint gefällt mir grundsätzlich besser als das Crazing Medium. Ganz sicher nicht, weil es auf den Einsatz ankommt, für was ich das verwenden will. Also ich denke, das macht Sinn, oder? Aber das schaut hier richtig cool aus. Und jetzt nehme ich mir hier eine Schere, nachdem das alles gut getrocknet ist, und rubbel mir die Kanten von dieser Pappe auf, die ich da vorher drunter geklebt hatte. Hier tue ich jetzt nochmal Oxide Spray Lost Shadow drauf. Und auch ein bisschen was anderes. Zeig das mal, Luise, was du da genommen hast. Ich glaube, Spray Stain Lost Shadow. Ne, den Re-Inker von der Ink. Aber vom Farbton her ist es das Gleiche. Ich wollte einfach ein bisschen was Helleres und was Dunkleres da haben, ja. Also ihr könntet jetzt auch das Spray nehmen oder irgendwas anderes. Und ich tröpfle hier auch noch ein bisschen Re-Inker von dem Oxide Lost Shadow auf diese Paint, damit das Ganze noch so ein bisschen interessanter aussieht. Marlies hat das, glaube ich, so ähnlich, nur so ähnlich, auf ihrem Foto auch gemacht. Und deswegen, das war ja meine Inspiration, habe ich versucht, das auch irgendwie so hinzubekommen. Und jetzt nehme ich mir hier einige Ideology-Teilchen aus der 2023er-Kollektion von Ideology und versuche hier eine Collage hinter diesen Tag zu machen. Wie ihr seht, habe ich das Video hier sehr stark verschnellert, damit ihr mich nicht durchdreht, weil das hier ist etwas für mich, das ist so wie Meditation. Das dauert Stunden, ja. Also das soll jetzt nicht abschreckend oder so wirken. Bitte versteht mich nicht falsch, ja. Sondern seht das als wirklich eine Art Abschaltmöglichkeit. Ich finde das mega, mega interessant, sowas zu machen. Irgendwie ist das ein bisschen zwiegespalten, ja. Also auf der einen Seite, manche Leute sagen, ja, Ideology, das ist hier so wie so ein Puzzle zusammen puzzeln. Was soll denn das sein? Das sind alles so fertige kleine Teile. Und dann puzzelt man die so zusammen und hinterher hat man da irgendwas, so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist das eine merkwürdige Argument, was man hören könnte, was ich auch höre und was ich auch öfters lese, so. Ja, verstehe ich nicht. Ich verstehe Ideology nicht, ja, so. Und, ach so, vielleicht, falls du nicht weißt, was Ideology ist. Das Ideology sind unter anderem diese kleinen Papierteilchen, die du da liegen siehst. Und diese ganzen Papierteilchen sind von Tim Holz, ja, falls du das noch nie gehört hast. Es gibt von Ideology auch andere Elemente, die nicht Papier sind. Aber ich rede jetzt hauptsächlich von den Papierteilen, wenn ich hier argumentiere, was ich hier gerade versuche zu argumentieren. Herrschaftszeiten. Und manche Leute sagen eben, ja, das verstehe ich nicht. Was soll ich denn damit machen? Das ist irgendwie wie so ein Puzzle, wo ich irgendwie keinen Sinn drin sehe oder so. Und es gibt dann auch noch ein anderes Phänomen. Das habe ich am eigenen Leib erlebt. Und auch bei diesem Projekt, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man andere Projekte sieht, ja, von anderen Künstlern, wie zum Beispiel das Projekt, was Marlies gemacht hat, dieses kleine Booklet, was ich euch da gezeigt habe, dann habe ich manchmal den Eindruck, denke ich so, boah, das schaut so dermaßen wunderschön aus. Ich könnte ausflippen, wenn ich das sehe, weil mich das so begeistert, weil es einfach so schön aussieht. Und dann denke ich, gucke ich mal, was sie da verwendet hat. Und dann sehe ich, aha, das sind so Ideology-Papierteilchen. Hm, das müsste ja irgendwie möglich sein, dass ich das auch hinkriege. Und dann sitze ich da, so wie genau hier, und das ist auch genau das, was ich mir in diesem Moment gedacht habe, und puzzle diese Teile da zusammen und denke mir so, ja, Moment mal, also irgendwie, ne, schaut das aber irgendwie gar nicht so aus wie bei ihr. Also ich will ja kein Imitat erschaffen von dem, was sie tut, ja, um Gottes Willen, überhaupt nicht, ich will mein eigenes draus machen. Aber irgendwie gibt es so einen Punkt, wo man denkt, also irgendwie wird das hier nix. Kennt ihr das? Da denkt man sich so, ist ja alles ganz nice, aber irgendwie wird das nix. Und dann macht man so weiter, weil das ist, glaube ich, eines der allerwichtigsten Dinge, weitermachen, bloß nicht aufhören, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und wenn man sich dann so vorkommt und denkt, ach, also irgendwie, zum Beispiel da gerade mit dem Pilz, ne, zieht ihn in Erwägung, auch wenn er von der Farbe her überhaupt nicht dahin passt, zieht ihn in Erwägung. Die gelbe Blume da oben, diese Rose, die ist nur dadurch dahin gekommen, dass ich das in Erwägung gezogen habe, das dahin zu tun, obwohl das eigentlich eine ziemlich krasse Farbe ist, im Vergleich zu den anderen Farben, die ich da schon habe. Plötzlich, wie ihr seht, wird hier gelb zu einer Farbe, die da zugehören muss, ja. Und dann kommt irgendwann der Punkt, und bitte, glaubt mir das, ja, also ich will jetzt hier nicht irgendwie so wie so ein Ideology-Verfechter ums Eck kommen. Das ist sicherlich auch mit anderen Collage-Elementen so, die du dir von irgendwo ausdruckst oder ausgeschnitten hast oder so. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo du denkst, jetzt wird das was. Jetzt wird das so, wie ich das will. Hier war dieser Punkt noch nicht gekommen. Ich versuche hier gerade mir vorzustellen, wie das aussieht, wenn der Tag etwas erhaben ist. Dafür habe ich mir einfach, seht ihr da links in diesem Glas, oder das ist ja wirklich so ein Becher, das ist kein Glas, also Plastikglas. Gibt es das? Habe ich so kleine Scrabble-Buchstaben, die sind vom Action. Die nehme ich ganz gerne, um die zusammenzukleben und dann irgendwelche Sachen zu erhöhen. Oder auch zum Beispiel für so kleine Miniaturgebilde oder so, verwende ich die ganz gerne. Und da versuche ich mir das hier gerade vorzustellen, wie das aussehen könnte. Und dass ich mir auch vorstellen kann, quasi wie hoch ich das machen will. Ja, und das war wirklich, also ich habe da gesessen und auf dieses Gestart und habe mir gedacht, also ich weiß nicht, irgendwie ist was hier komisch. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt nimmst du das einfach, so wie das da ist und klebst das mal zusammen. Und ihr seht schon mein Distress-Bürstchen da rechts von mir liegen, weil das ist nämlich auch, finde ich, insbesondere mit Ideology Ephemera und auch anderem kleinen, zum Beispiel auch digitalem Ephemera. Ich habe das auch öfters mit Ephemera aus meinem eigenen Shop zum Beispiel. Das Problem, wenn man das nicht distressed, also inked, ja, oder beides, inked und distressed, dann schaut das irgendwie nackt aus. Dann schaut das aus, als wenn das da gerade irgendwie so frisch geschlüpft aus dem Drucker oder frisch geschlüpft aus der Verpackung wäre. Und man kann sich in keinster Weise vorstellen, wie das wirken kann, wenn das bearbeitet ist. Ja, also hier habe ich jetzt das einfach aneinander geschnitten. Das, was man später nicht sehen wird, habe ich mir übrigens abgeschnitten. Das kann man ja dann später noch für was anderes verwenden. Und jetzt gehe ich hier einfach mit Oxide Ink drumherum und versuche das so ein bisschen auf alt zu machen, weil diese ganze Holzkiste ist ja in so einem alten Look, oder? Also das Ganze ist so richtig abgeranzt. Das soll ganz, ganz alt, fludderig und so aussehen. Und ich habe mich da auch sehr stark an den Techniken orientiert, die Marlies für ihr Rainbow Booklet da gezeigt hatte auf ihrem Kanal. Sie knickt ja auch sehr häufig die Ecken da so um. Das habe ich vorher auch schon gemacht, aber ich glaube nicht ganz so extrem, beziehungsweise nicht ganz so bewusst, wie ich es jetzt tue, nachdem ich diese Tutorials bei ihr nochmal angeschaut habe und wirklich auch auf Kleinigkeiten geachtet habe. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wenn ihr sowas macht, die ganzen Kleinigkeiten, die ihr da tut, ja, also ich meine, so eine Ecke da distressen und inken, das dauert halt Zeit, ja. Aber ich glaube, das ist es total wert, weil genau diese Kleinigkeiten machen später den Unterschied. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann schaut das aus, als wenn das 400 Jahre auf dem Dachboden gelegen wäre und genau so will ich das ja. Das kann man sich aber schlecht vorstellen, wenn man das nicht tut, also nicht abranzt, sondern das einfach nur so nackt da liegen hat. Und plötzlich war so der Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, okay, das kann jetzt was werden. Ich habe mir hier hinten so Abstandspads dran geklebt, denn ich möchte auch, Entschuldigung, ich möchte auch gerne die anderen Lagen, die ich jetzt da habe, so ein bisschen erhöhen. Nicht alle, aber manche. Also zum Beispiel das jetzt links ist jetzt schon mal ein bisschen weg von dem ganz hinteren Hintergrund, sodass das einfach auch ein bisschen dimensionaler aussieht und einen natürlichen Schatten wirft. Dann habe ich mir diese Scrabble-Steine hier mal drunter gelegt, damit ich mal überhaupt hier sehen kann, wie das Ganze überhaupt wird. Und wie das überhaupt, also zu viel Abstand ist nicht gut und zu wenig Abstand ist aber auch gerade nicht gut. Und wenn der Tag da so liegt, dann kann man sich auch nochmal besser vorstellen, wo die anderen Sachen hin sollen. Und dann kann man so Stück für Stück weitermachen und die einzelnen Collagenteilchen Stück für Stück so zusammenkleben. Ich habe mir da teilweise auch so Markierungen gemacht mit einem Bleistift einfach, dass ich weiß, was ich wohin kleben muss, dass das dann später genauso aussieht, wie ich das da liegen hatte. Wenn ihr möchtet, könntet ihr euch natürlich auch ein Foto machen davon. Das mache ich auch manchmal, habe ich in diesem Fall nicht getan, weil mein Akku vom Handy leer war und ich das schlichtweg einfach gar nicht machen konnte. Aber ich finde das immer mega übel, wenn man sich das da hingelegt hat und dann nimmt man das weg, um das zu inken und zu distressen und später findet man nicht mehr den richtigen Platz wieder. Das macht mich wahnsinnig sowas, weil dann sehe ich, das schaut nicht mehr so aus, wie es vorher ausgesehen hat. Aber wo zum Verrecken war jetzt dieses Teil, da könnte ich durchdrehen bei sowas. Deswegen gehe ich da lieber auf Nummer sicher und messe da im Zweifel auch vielleicht mal rum oder so, damit ich die ursprüngliche Position wieder finden kann. Ja, so hier mache ich das jetzt genauso. Auch die Teile, die man später nicht sehen wird, schneide ich mir hier ab, weil diese kleinen Stücke vom Papier, die kann man ja später noch für andere Sachen verwenden. Und dann puzzle ich mir das hier so nach und nach drunter. Und jetzt, wo ich so im Nachhinein dieses Video nochmal anschaue, weil, ne, also das ist ja hier Schnellverlauf. Ich spreche ja jetzt ein Voice-Over über dieses Video. Ich habe ja nicht gesprochen, als ich das aufgenommen habe, weil sonst würde ich mich gerade anhören wie so ein Eichhörnchen, weil das Video ja so schnell vorläuft. Also ihr wisst schon, was ich meine, oder? Nur kurz zur Erklärung für, vielleicht, falls du das nicht verstehst, was ich hier gerade mache. Ja, also ich habe ja diesen Prozess bereits durchlaufen und jetzt sehe ich das nochmal. Das ist für mich auch manchmal sehr hilfreich, weil dann kann man das nochmal so reflektieren irgendwie. Und das ist auch das, was ich gerade versuche hier irgendwie zu sagen. Dieses Gelb, ne, also wenn ich das jetzt so sehe, dann denke ich mir, was für eine geile Farbe. Sorry, ist das eigentlich im Zusammenhang mit diesen anderen Farben? Der Hintergrund hat so ein bisschen dieses Graublau. Und ich meine, Graublau und Gelb ist ja schon immer ziemlich cool zusammen, ne? Aber dieses Gelb, das leuchtet so hervor. Ich finde das einfach so mega cool. Und, wisst ihr was? Gelb, ne? Das ist so eine Farbe. Also, wann habt ihr mich schon mal gelb verwenden sehen? Das kommt nicht so wahnsinnig häufig vor, würde ich mal sagen. Aber das hat mich total überrascht. Also ich weiß auch nicht. Vor allen Dingen, wenn ihr mal guckt, bei der Rose da, ne? Von dieser, also diese gelbe Rose, die da oben ist, neben den zwei braunen Blumen. Links da oben drüber ist voll das Orange. Das ist zwar so ein Orange, wie in der Mitte von der Rose ist, aber das ist ja eigentlich auf den ersten Blick mal Orange und Gelb zusammen. Ich sage nicht, dass das nicht passen kann, aber das Orange im Hintergrund auf dem oberen Teil des Texts, das ist sehr abgeranzt, sehr, sehr bräunlich. Und diese Rose, ich habe mit der fast nichts gemacht. Ich habe da später noch ein bisschen drumrum distressed und das war es. Also geinkt und das war es dann. Und ansonsten ist diese Rose geblieben, wie sie ist, in diesem knalligen Gelb. Und ich, also ich weiß auch nicht, irgendwie, das fasziniert mich gerade total, wie das wirkt. Auch dieses knallige Grün von den Blättern, ne? Ist das nicht irgendwie ein cooler Kontrast, sowas knalliges und gleichzeitig sowas abgedämpftes wie in dem Hintergrund? Der Hintergrund ist ja sehr grungy und sehr vintage so irgendwie, ne? Also mir fällt gerade auf, dass das Wort Vintage richtig verwirrend sein könnte, weil die Rose ist auch Vintage, auch wenn sie keine Tinte drauf hat. Ja, aber kennt ihr den Unterschied zwischen Vintage und Vintage? Also es gibt ja, also die Rose ist ein Vintage-Bild. Vintage ist für mich aber gleichzeitig auch, wenn etwas abgeranzt und bräunlich geinkt ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist jetzt irgendwie ganz schwierig zu erklären. Aber trotzdem finde ich, dass das sehr große Kontraste aufweist in der Art und Weise, wie diese Teile aussehen. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie Sinn macht. Es ist für mich immer so schwer zu erklären, was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich sowas mache. Das könnt ihr euch überhaupt gar nicht vorstellen. Jedenfalls, was die Lagen hier betrifft, die ich für diese Collage verwendet habe, habe ich mich auch sehr an Malis kleinem Bucklet orientiert. Das hatte ich die ganze Zeit da neben mir liegen und habe mal immer wieder so da reingeguckt. An manchen Stellen, wie hat sie das da gemacht? Insbesondere auch bei dem Foto drumherum, da hatte sie auch so kleine Elemente noch dran geklebt. Von den, wie heißen die jetzt wieder? Number Strips heißen die, glaube ich. Beziehungsweise diesen Curator Ephemera Pack. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das die richtigen Namen sind. Ich glaube aber schon. Und das habe ich jetzt da auch versucht, das so zu machen. Und sie hatte auch auf ihrem Foto vorne drauf so eine Zahl. Die habe ich zufälligerweise auch gefunden. Die werde ich da später auch noch mit einbringen. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ah, da habe ich sie gerade in der Hand. Diese Zahl, die hat sie vorne auf ihr Foto drauf getackert gehabt. Das ging bei mir hier nicht, weil sonst hätte ich den Mund von der Frau überdeckt. Aber ich wollte unbedingt diese Zahl da auch drauf haben. Also, sodass ihr Bescheid wisst, ne? Da gibt es jetzt auch so einen kleinen, wie sage ich mal, emotionalen Zusammenhang zu der Zeit, die wir zusammen hatten und diesem Peace, was ich hier gerade kreiere. Und es gibt auch noch einen anderen kleinen Zufall, den zeige ich euch später noch. Manchmal passieren so Sachen, da findet man in so Ephemera Packs so Dinge, wo man sich denkt, so das ist jetzt aber gerade nicht wirklich passiert. Ja, hier versuche ich jetzt gerade noch dieses Gelb so ein bisschen auszugleichen, indem ich da links noch so ein Stück dran gemacht habe und auch noch weitere von diesen kleinen Teilchen hier um den Rahmen klebe, weil ich möchte gerne, dass der Rahmen so richtig detailliert aussieht. Und das schafft man natürlich gut, indem man so kleinere Teile noch da dran tut. Wenn ihr das seht und ihr denkt euch, boah, das ist ja voll die Fummelei, das alles so aneinander zu kleben, weil eins zu früh aufgeklebt, dann kriegt man das andere nicht mehr drunter. Ja, ja, ist es definitiv, aber wenn ihr das noch nie gemacht habt, nochmal, scheut euch bitte nicht, das auszuprobieren, weil alles ist immer Ausprobieren, alles ist immer Übung. Ja, wenn ihr das jetzt seht, also ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Ich finde, das Endergebnis, was ihr da gleich sehen werdet, für mich ist das eins der besten Projekte, die ich zustande gekriegt habe in meinem Leben. Für mich ist das ein absolutes Masterpiece geworden. Das klingt sehr arrogant, das weiß ich, aber wenn ihr es richtig hört, ist es eigentlich als Motivation für euch gemeint. Ja, wenn ihr selber empfinden könnt, dass ihr ein Masterpiece kreiert habt, habt ihr genau das erreicht, was meiner Meinung nach ganz wichtig ist, sich als Ziel zu setzen. Weil ihr könnt das grunzen scheiße finden, was ich hier mache, ist mir völlig wurscht, weil ich finde, für mich ist das ein Masterpiece. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe mich weiterentwickelt mit diesem Projekt. Ich finde das toll und genau so müsst ihr das auch sehen können. Ja, wenn du selber da sitzt und ihr denkst, boah, wie geil schaut das hier aus, sowas Tolles habe ich noch nie hinbekommen, hast du alles erreicht, was du erreichen kannst, egal wie irgendjemand anders das findet. Ja, und das ist eben so eine Sache, wenn es euch noch nicht ganz gefällt oder ihr denkt, boah, das ist hier voll das Gefummel, macht bitte weiter. Ihr seht, ich stopfe hier noch so eine kleine Flechte drunter, die habe ich mal hier am Plansee irgendwann draußen gefunden bei so einem kleinen Spaziergang. Die habe ich da mal in meinen Blumentopf gesteckt gehabt und die habe ich dann in einer kurze Hand rausgerupft, weil ich gedacht habe, das passt hier gut. Weil so ein paar so Naturmaterialien in Kombination mit diesen gedruckten Blättern finde ich das eigentlich gar nicht so ganz übel, da diese Ephemera-Blätter von Tim Holz, die passen jetzt. Da finde ich, also das macht so einen botanischen Touch, wie ja auch die Blumen im Hintergrund auf dem Tag und gleichzeitig sind diese einzelnen anderen Elemente da, diese Papierdokumente und so weiter, irgendwie sowas in Anführungsstrichen Totes. Also wisst ihr, Papier ist jetzt nicht ganz tot, aber Töter als so ein Blatt oder als so ein Pflanzenblatt. Und ich wollte jetzt, dass da noch so ein bisschen was, ich weiß schon, einige dieser letzten Sätze gehen garantiert in das Buch ein, was einige von euch über mich schreiben werden. Ah ja gut, damit muss ich wohl leben. Jedenfalls, ich wollte, dass das da unten noch so ein bisschen filigraner wird. Ich wollte, dass das wie so eine Diagonale bildet mit den Blumen auf dem oberen Teil des Tags und das Foto sitzt in der Mitte wie so ein Fokuspunkt. Also nicht wie so ein als Fokuspunkt in der Mitte, ja, aber der Rest ist da so diagonal und dafür fehlt unten rechts noch mehr Gewicht. Und das habe ich eben versucht zu erschaffen mit diesen filigranen kleinen Flechten-Dingern da. Und ich habe da auch noch so ein bisschen schwarzen Faden reingestopft. Da habe ich einen Faden ausgewählt, der relativ dick ist. Also das ist kein normales Nähgarn, sondern so ein bisschen, also das kann man auch in der Nähmaschine verwenden, aber das ist etwas dicker als dieses 0815 Nähgarn, was ihr kennt, oder? Damit das einfach ein bisschen mehr auffällt, weil ich wollte da einfach so einen schwarzen Akzent da unten hinhaben, damit das ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Da habe ich noch so ein Mini-Fuzzi-kleines Stückchen von dieser Flechte übrig gehabt. Da habe ich da auch ungefähr eine halbe Stunde rum überlegt, wo ich das hinmachen will, weil ich mir dachte, das könnte man noch so als kleines, ja, diagonal gegenüberliegendes Element dahin machen. Und genau da kommt es jetzt auch hin, damit das noch so einen Zusammenhang bekommt zu dem unteren Teil von der Flechte. Also ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Ich finde das Ganze immer ganz interessant, wenn man ein Element hat, wie zum Beispiel diese Flechte, und man nimmt dann ein kleines Teil davon und tut das irgendwo anders hin, damit die dann nicht so alleine da unten in der Ecke umeinander wuselt, kann man das dann nochmal so ein bisschen ausgleichen. Hier nehme ich mir ein bisschen was von diesem Moos, was Marlies mir geschenkt hat. Das kam mir jetzt hier richtig gut in den Kram. Als ich das da so reingestopft habe, habe ich gedacht, ui, 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 warum habe ich noch nicht eher dieses Moos benutzt? Falls ihr noch nie so ein Moos verwendet habt, ja, bitte geht irgendwo hin und kauft euch so ein Moos, weil das ist total cooles Material, um sowas zu machen. Das könnte man theoretisch da in die Ecken tun. Ich hatte das erst kurz in Erwägung gezogen, wie ihr da gerade erahnen konntet. Aber dann habe ich mich entschlossen, das doch dahinter zu stopfen. Aber ich habe das erst mal so ausprobiert, ne? Also dieses erste Stück, das ist echt so von A nach B, von B nach C gewandert und wieder zurück nach A, bis ich mich entschlossen habe, wo ich das aufkleben will. Aber ihr werdet mit Sicherheit in Zukunft noch mehr Moos sehen, weil das ist einfach das coolste Material ever. Das ist so fluffig. Das könnt ihr in allen möglichen Positionen so stopfen und biegen. Und wisst ihr, und das ist total easy peasy festgeklebt. Ich finde das einfach mega. Und diese Farbe ist natürlich, also ne, diese Farbe, fantastisch. Insbesondere in Kombination mit den Elementen, die wir da schon haben bereits. Und das habe ich jetzt auch versucht, hier so ein bisschen so auszugleichen. Also im Prinzip von der Positionierung, aber auch von der Menge, wie viel ich davon verwende. Denn ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt zu viel von dem Moos nehme, ne, dann geht das Augenmerk von der Flechte so ein bisschen weg irgendwie. Und deswegen habe ich da einfach nur so ein paar Stücke dran gemacht. Und ich möchte hier jetzt noch dieses Schild anbringen. Lucky is the state of mind. Und da klebe ich mir auch hinten noch so ein bisschen Moos dran, damit das so aussieht, als wenn das da so rumrum gewachsen wäre. Und ja, das habe ich jetzt da von hinten einfach mit Buchbindeleim so dran geklebt. Also ich muss sagen, ich habe noch nie Moos aufgeklebt, bevor ich das hier gemacht habe. Aber Buchbindeleim ist gut geeignet. Das fällt nicht wieder ab. Es hält ganz gut. Und ja, also ne, seht ihr ja. Und das hält. Weil bei manchen Kleber könnte man vielleicht ein bisschen durchdrehen, wenn das dann jedes Mal da wieder abgeht. Aber der trocknet relativ schnell. Und ja, das ist überhaupt kein Problem. Kann man ganz gut damit aufkleben. Da habe ich so ein bisschen einen kleinen Fehler gemacht, seht ihr. Das kann man aber auch ganz leicht abkratzen. Ich nehme mir, wenn Kleber rausdrückt, vielleicht ist auch so ein kleiner Tipp für euch, wenn mir Kleber irgendwo rausdrückt, nehme ich mir immer so eine Pinzette oder irgendeinen anderen Gegenstand mit so einem spitzen Ende. Und dann kratze ich das da so wieder runter. Und dann ist es weg. Also dann fällt das nicht so auf, ne? Falls euch das auch mal passiert, könntet ihr das versuchen, wenn ihr wollt. Dann habe ich beschlossen, ich möchte diesen Rand viel dunkler haben. Mir war das nicht Kontrast genug. Deswegen habe ich mir hier Distress Paint Ground Espresso genommen und bin da mit bisschen Wasser vermischt um diesen Rand drum herum gegangen. Und wie ihr seht, ich schmiere das auch auf dieses kurze Stück von diesem Kästchen, ja? Also weil ich wollte nicht das so ganz ordentlich anmalen, damit dieser Shabby-Look erhalten bleibt, den ich durch das Weiß habe, was ich ganz am Anfang gemacht habe. Und ich wollte, dass das so richtig, ja, dass das so aussieht, als wenn das einer gerade so richtig in Eile angemalt hätte. Kennt ihr diese ganz alten Schubladen? Manchmal, wenn man so einen ganz alten Schrank aufmacht, dann sieht man genau das, ja, dass das so total seltsam angestrichen wurde. Oder manchmal in so alten, renovierten Küchen hat man das auch. Auch an den Stellen, wo man dann nicht das so sieht, ist das so voll unordentlich angemalt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Ja. Hier schmeiß ich noch ein bisschen Freight Burlap Distress Paint drauf und erreiche damit ein bisschen so eine Variation in der Farbe einfach, dass das nicht alles so ganz braun gleichmäßig aussieht von diesem Hintergrund da oder dieser Umrandung. Und das, was ich da jetzt noch übrig hatte, das habe ich mir noch ein bisschen mit Wasser verdünnt und auch noch ein bisschen Ground Espresso pur genommen, um das da drauf zu spritzen, damit einfach diese Kanten nicht ganz so barsch und eckig aussehen. Die Freight Burlap Paint habe ich noch ein bisschen aktiviert hier mit Wasser, damit das so ein bisschen da so fließen kann. Das gibt einen ganz coolen Effekt. Ihr wisst ja, Distress Paint reagiert ja mit Wasser, solange sie noch feucht ist. Und dadurch könnt ihr natürlich sehr coole Ergebnisse erzielen. Funktioniert auf Papier natürlich noch mal ganz anders als auf Holz. Aber auch hier auf diesem Holzkästchen hat das ganz gut geklappt, dass das richtig schön verlaufen ist und auch richtig coole, ja so gealterte Effekte hinterlassen hat, als es getrocknet war. Den Rand habe ich jetzt hier mit weißer Acrylfarbe noch mal ganz umrandet. Mir war das ein bisschen zu dunkel vorher. Ich wollte, dass das richtig schön weiß aussieht, weil das ist das wie so ein richtiger dünner Rahmen. Also wenn da noch mal um das Kästchen ein Bilderrahmen drumherum wäre, so wirkt das fast irgendwie, finde ich. Ja, so hier seht ihr, das Chaos ist weg. Das hier ist jetzt schon einen Tag später. Da habe ich mir das Ganze noch mal angeguckt und habe mir überlegt, ob da vielleicht noch irgendwo was fehlt oder so und habe mich entschlossen, hier noch dieses kleine Blatt dran zu fummeln, weil irgendwie musste das da hin. Und dieses hier, Sweet Forget-Me-Notes, das war auf einem von den Collage-Strips von Tim Holz, was ich vorher ganz am Anfang zerschnitten hatte. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass Marlies mir Vergissmeinicht-Samen in einem kleinen holländischen Holzschuh mitgebracht hatte. Und im Regelfall lese ich mir nicht Wort für Wort durch, zugegebenermaßen, was auf irgendwelchen Ephemera-Teilchen draufsteht. Aber dieses kleine Stückchen hatte ich ganz am Anfang gefunden, als ich die Teile auseinandergeschnitten habe und habe mir gedacht, das gibt es jetzt nicht, dass ich ausgerechnet das lese, was mit dem Besuch von Marlies zu tun hat. Und sowas passiert dir nur, wenn du Junk-Journaler bist, wenn du ein Papierbastler bist und wenn du sowas machst. Also ich habe es eigentlich nicht so richtig für möglich gehalten, aber jetzt ist es da. Und das musste natürlich unbedingt dahin. Genauso wie diese kleine Nummer, die sie auch verwendet hatte, die habe ich da rechts neben der Frau untergebracht. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt gerade eben schon erzählt hatte. Ja, jedenfalls so schaut das jetzt hier aus. Das ist mein fertiges Ergebnis. Ich würde mich wahnsinnig freuen, von euch zu hören, wie ihr das findet. Und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr sowas auch mal ausprobieren würdet. Ich habe jetzt eine richtig schöne Erinnerung in diesem Kästchen an diese Zeit mit Marlies und ich werde mir das an meine Wand hängen und das jeden Tag anstarren und mich freuen darüber. Ihr Lieben, das war es von mir. Vergesst nicht, bei Marlies vorbeizuschauen. Der Link zu Ihrem Video befindet sich unten in der Infobox. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich bin mega gespannt, was sie gezaubert hat aus ihren beiden Tag-Hälften. Bis dahin, alles Gute. Tschüssi Kowski.